Ja, Alan Tabern haben wir natürlich. So sind er verschieden. Hey, der erste 180. Sein Elfter im Turnierverlauf. Und beide sind gleich. Ja, sehr gut. Jetzt trefft er noch eine 180. Was ein Fehler ist das. Unglaublich. Ja, das ist wirklich ein Amateurfehler. 176 und dann spielt er auch 180. Ja, da könnte James Leith auch nur mal lachen und schauen, was er jetzt macht. Ist unglaublich. Das habe ich noch nie mitgemacht. Dass jemand auf 19 spielt, wenn man 171 Rest hat, dann ist die Möglichkeit da. Aber 176 und das Tor dann zu viel werfen, das ist wirklich unglaublich.